Ja, ich muss natürlich gleich sein. Ich bin nämlich mein Städtchen und ich spiele Schlicht hier in der Wand. Ich bin der Gliedsruhergeschäft hier im Gesicht der Kinderkrank. Und ich möchte jetzt versuchen, die Jugendversuche zu machen, weil es super hilft, wie krank ist. Ich kann nicht durch. Ich bin ein echt schlechter Tuch. Aber ich war gekauft und ich glaub, dass es gemütlich sein wird. Und noch ein bisschen Schilderichwert von dem Thema. Und ich werde es jetzt einfach mal probieren. Ich muss gleich mal schauen, ob wir es gut haben. Aber das bleibt heute. Und das werde ich nicht mehr gekauft haben. und da. Ich werde das tatsächlich einschauen. Es habe ich etwas vorüber eBay. Ich war jetzt nicht äh, ich kenn's doch jetzt mal, wie viel hält. Das ist super. Und zwar ähm, letztlich, nee, hätte ich den Kopf wieder gestern drüber geredet haben. Und das war gestern, dass wir den Kopf, Traumkopf gewonnen. Und deshalb hab ich das nicht gemacht, weil ich das nicht gemacht habe. Passt euch ja wieder nicht? Beliebentomaten. Beliebentomaten bin ich nicht. Ich glaub nicht, dass ich es nicht schreibe. Ich glaub, die kann ja nicht einfach nach vorne, so mit den Füßen. Das heißt, ich bin jetzt halt. Karten. Einerie. Und... Ding, ding. Poffe. Nauch. Keine Ahnung, ich hab schon was gehört, dass in die Suppe gehört. Nauch. 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 Okay. Ja. 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 Ich dachte, das sieht wirklich gut aus. Das schieße ich jetzt aber. Ich denke, das ist wirklich gut aus. Okay. Und dann noch ein Stück lieber. Ich hab keine Ahnung ob das so passt, ich hab keine Ahnung ob das überhaupt zugemacht wird. Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich werde einfach einen Zuckerwürfel mit reinschmeißen. Da ich's kann. Also schauen wir mal, ob das wird. Eigentlich kann doch nicht wirklich was schief gehen, oder? Danke. Ist das richtig? Ja. Ähm, das bleibt ihr jetzt mal für, bis es kocht. Dann drehe ich zurück auf 2 oder so. Und dann schau ich mal eine Viertelstunde nach, wie's ausschaut. Und wir ein bisschen um. Dann sehen wir uns wahrscheinlich eine Stunde wieder. A lot of boring math later. Ich hab keine Ahnung, wie lange Suppe das wirklich gekauft hat. Ähm, ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Und mein Geschwisterchen ist wach. Und meine Geschwisterchen hat jetzt schön gesehen, dass ich Suppe gemacht habe. Und deshalb haben sie gerade nach Suppe gefragt. Und deshalb hier köcheln wir. Hübsch. Es riecht gut. Ich probiere jetzt mal ein bisschen was davon. Und dann schauen wir, ob das hier nichts passiert ist. Das ist richtig. Das ist richtig. Es schmeckt auch Genüse, oder? Weiß nicht, wenn man es einsetzt. Es ist zumindest nicht giftig. Ich habe eine Beacke-Boll. Ich habe hier, ich hoffe, dass es nicht in Ordnung ist. Ich habe eine Beacke-Boll. Ich habe eine Beacke-Boll-Boll. Wir haben eine Beacke-Boll. Ich hab im Prinzip hier hin, dann hoffe ich, dass das mal geht. Es ist Suppe, es ist definitiv Suppe, das geht nach dem Tag ausüben. Und lasst uns aufs Leidl weiterköcheln, ja warum nicht, ich hab gehört, je länger Suppe Köpfe, desto besser wird sie. Klappe es noch. Oh... Es ist klar! Ich habe das Salzmeldet... Es ist der Löffel Ich habe den Salzmeldet Ich habe den Salzmeldet Es gibt auch die Ströbel Tomates Und die Rape Ich liebe das jetzt mit der Stöpfel. Vielen Dank.